Das Geschäft mit der Esoterik boomt wie nie zuvor. Es ist zu einem milliardenschweren Industriezweig geworden. Doch was steckt tatsächlich dahinter und was sagt die Wissenschaft dazu? Barbara Kalich, Talk um vier. Wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Reiki, Heilsteine, Jenseitskontakte, Energie, Coaching. Der Esoterikmarkt boomt. Doch sind derartige Praktiken wirkliche Hilfestellungen oder reine Geschäftemacherei und vor allem Geldmacherei? Und was sagt die Forschung dazu? Esoterik trifft Wissenschaft. Herzlich willkommen noch einmal und herzlich willkommen euch. Melodie ist sich sicher, es gibt noch mehr zwischen Himmel und Erde. Und die Menschen sehnen sich danach, das herauszufinden. Hartwig ist Zoologe und Evolutionsforscher und ist der Meinung, Esoterik hat nichts mit Wissenschaft zu tun und ist reine Geschäftemacherei. Oliver ist medialer Energetiker. Er weiß, dass vieles aus der Esoterik noch nicht wissenschaftlich belegbar ist. Und trotzdem existiert es. Er beschäftigt sich selbst mit Energiefeldern und zieht sich als Vermittler zwischen dem Jenseits und dem Irdischen. Michael ist Kommunikationsmanager. Er sagt, Esoterik ist ein kreatives Geschäftsmodell mit zweifelhafter Wirkungsbehauptung. Brigitte hat schon früh erkannt, dass sie spezielle Fähigkeiten hat. Heute arbeitet sie als Humanenergetikerin und behauptet, mit geistigem Wesen Kontakt aufnehmen zu können. Und für Katharina, die als Assistenzprofessorin für Politikwissenschaften an der Uni Wien tätig ist, ist Esoterik eine reine Glaubensfrage. Denn sie ist empirisch schlichtweg nichts belegbar. Das war eine kurze Zusammenfassung eurer Meinung, aber nur, wie gesagt, skizziert. Ich würde gerne gleich in Medias Res gehen und tatsächlich mit der Brigitte beginnen. Du sagst von dir selber, du hast früh spezielle Fähigkeiten an dir erkannt. Welche? Ich bezeichne sie als hellfühlige Fähigkeiten. Also das hat sie schon in der Kindheit gezeigt. Und ich habe versucht, das Kind auch abzustellen, wenn man so über den Tellerrand hinaus fühlt, wenn man fühlt, wie es anderen geht. Und das ist auch eine Zeit gelungen, aber das holte ich irgendwann ein. Und als ich bemerkt habe, wenn Menschen sterben, dass ich diesen Kontakt irgendwie halten kann oder dass mir Verstorbene auch Botschaften schicken, habe ich halt in, da war ich so zwischen 20 und 30, habe ich mich ausbildungsmäßig auf diese Richtung begeben. Und bin jetzt, jetzt bin ich 55 und bin froh, dass ich als Energetikerin arbeiten darf. Welche Botschaften und wie schicken angeblich Verstorbene dies? Also wie treten sie in Kontakt? Also wenn es gewollt ist, dann geht es darum, dass man dem Verstorbenen eine Frage stellen kann. Man kann zum Beispiel einem Verstorbenen auch herrufen, die Seele herrufen, aber dann wieder hinschicken. Man kann im Kontakt mit Verstorbenen Frieden finden. Man kann Lösungen finden, die vielleicht zu Lebzeiten nicht gelöst wurden. Das war an der Stelle oft ganz wichtig und ist auch für Kundschaften oft sehr wichtig, dass man hier in diese friedliche Energie eintaucht. Aber wie macht man das? Also sagt man einfach, melde dich? Genau, man sagt einfach, melde dich, aber man bereitet sich vor. Und dann sagt man einfach, melde dich, ja. Und wie weiß man, dass dieses Wesen dann auch der Verstorbene oder die Verstorbene ist? Das finde ich immer eine schöne Frage, denn natürlich kann ich das nicht messen und beweisen, das kann ich nur fühlen. Und ich fühle jetzt eine gewisse Situation, hier und jetzt in diesem Studio. Und würde ich aber in Kontakt sein mit einem Verstorbenen, dann habe ich eine ganz andere Gefühlslage. Dann wird meine Stimme anders, wenn es auch ums Sprechen geht. Und die Botschaft ist so, dass man sie jetzt nicht mit dem normalen Verstand erklären kann. Es ist ein bisschen spooky oder komisch, würde man es vielleicht bezeichnen. Alles, was man mit dem normalen Verstand nicht erklären kann, ist für Michael oder Hartwig an sich, oder Katharina auch, ja, nicht erklärbar. Und daher auch nicht da, einfach nicht existent. Michael hat schon probiert, mit Verstorbenen in Kontakt zu treten? Bis dato noch nicht. Ich kenne natürlich Filme, in denen das als Science-Fiction-Szenario natürlich vorkommt. Es tut sich halt klarerweise auch dann gleich die Frage auf, wie viel geben die Verstorbenen preis davon, wenn du mit denen in Kontakt trittst? Weil es gibt von diversen Gesellschaften, unter anderem in Deutschland von der GBOP, gibt es Preise ausgeschrieben, wo sich eben Medien oder eben Personen mit besonderen Kräften dem stellen können. Da geht es um, weil es nicht, dass Settings gefunden werden, wo ihr prüftet, okay, jetzt gibt es Personen, die Wünschelrouten gehen, können die das wirklich? Und dann überlegt man sich ein wissenschaftliches Setting, wo man Sachen, die man doch auch so gar nicht wissenschaftlich testen kann, wie sie oft dann von esoterischer Seite heißt, dann versucht, wie man sich denen nähern kann, wie man sich mit den Personen eben darüber in Abstimmung bringen kann, um dann schon dem auf den Grund zu gehen, wo was dran ist oder nicht. Bisher, also die Preisgelder für sowas sind recht hoch, also in den USA ist es schon irgendwie bei einer Million, in Deutschland sind wir da weit runter, aber da geht es schon um Geld, was man sich abholen kann, wenn es darum geht, okay, ich habe die Fähigkeit, ja, okay, dann beweist die Fähigkeit. Also sowas gibt es ja immer wieder. Das heißt, wenn ein Verstorbener aus dem Jenseits dann etwas von sich preisgibt, was man davor nicht wissen könnte, wäre sowas ja testbar. Also mir ist komplett klar, dass natürlich Angehörigen es auch so eine Hilfestellung ist. Also ich stelle jetzt nicht in Diskredit, dass deine Aufgabe sich eine emotionale Rolle erfüllt, aber die Frage ist halt trotzdem, okay, hilft es nur wem, der jetzt was hören will und das genauso dann mitbekommt, oder ist tatsächlich eine Fähigkeit im Hintergrund? Also aus meiner Perspektive hilft es natürlich, weil sonst würden ja Menschen nicht auf mich zukommen. Also das ist sehr einfach beantwortet. Und das Interessante ist, und da habe ich auch Steine heute mit, über die Verkörperung von Steinen, wenn ich die Seele rufe, wenn eine Frage gestellt wird, wir kriegen nicht immer Antworten. Es gibt manchmal Antworten und da kommen dann Antworten, die ich jetzt mir im Kopf nicht zusammenschneiden kann, sondern die halt diese Familie betreffen, die dann im Nachgang, wenn es mit der Familie, mit den Lebenden besprochen werden, gibt es Analogien, da gibt es Synchronicitäten und so weiter. Und was haben die Steine damit zu tun? Mit den Steinen, also ich lasse Kunden gerne Steine verwenden. Das sind also heilige Steine, mit denen man da arbeitet, also geheiligt über die Ausbildner, gesegnete Steine, die auch schon was durcherlebt haben, diese Steine. Also es sind nicht nur Steine, es sind mehr Steinwesen, weil sie für mich sehr beseelt sind. Ein Stein kann absorbieren, ein Stein kann leiten, ein Stein kann, ja, kann eigentlich dir die Energie gut repräsentieren. Was sagt der Hartwig zu den Steinen? Ja, also mein Vater war Geologe und Mineraloge und hat mir so ein bisschen eine Liebe zu Steinen auch mitgegeben. Also ich habe alle möglichen Malachite und Amethyste und schöne Steine zu Hause, dieser Blutstein, der Hämatit, der so rote Farben zieht. Kann man, wenn man sich bei dir als Hilfesuchender anwendet, zu einem eigenen Stein mitbringen? Natürlich. Könnte ich einen Annoesid mitbringen und du nimmst ihn und machst ihn dann zu einem sprechenden Stein? Ich mache ihn in dem Sinne nicht zum sprechenden Stein, sondern ich lade die Person ein, wenn sie etwas mitbringen möchte, dass man über dieses Medium dann sprechen kann. Und könntest du das vorführen? Vorführen? Hier in einem Studium? Ja. Das braucht halt in meinem Arbeitsbereich, also ich habe ein spezielles Setting. Ich habe ein spezielles Setting, das ist ein sogenannter Heiliger Raum. Da bin ich auch in einer entsprechenden, anderen Verfassung. Also ich schalte sozusagen mehr dieses Feinfühlige ein, kann das so ein bisschen steuern. Weil hier jetzt in einem Raum, wo diskutiert wird, wo über den Kopf einfach gesprochen wird, da brauche ich das nicht so. Da schalten wir es eher ab, da schützt man sich eher. In einem Raum, wo das gefragt wird, bin ich ja ganz anders vom Feeling her. Also ich könnte es hier jetzt in diesem Studium nicht vorführen, weil ich müsste mir diesen heiligen Raum schaffen vorher. Darf ich fragen, also die Steine sind quasi für dich ein Medium, dass du dann Verstorbene holst? Unter anderem, nicht nur. Also ein Stein kann auch für ein Problem dastehen. Ein Stein kann auch helfen, etwas zu transformieren. Also ein Stein, diese Steine, die ich gerne verwende, sind im Prinzip ein Instrument, dass sich Dinge wandeln können. Dass man es auch was in der Hand haben kann. Und wer hat dir das beigebracht? Das ist schamanische Energiemedizin. Das heißt auch schamanische Energiemedizin. Medizin ist auch so unter dieser Ausbildung damals gelaufen. Wobei natürlich, ich weiß, dass das Wort Medizin ist einfach achtsam zu verwenden. Naja, und nicht nur das Katharina, aber um Medizinerin oder Mediziner zu sein, muss man ja auch ein akademisches Studium abgeschlossen haben. So ist es natürlich. Das muss man dann differenzieren zwischen dem, was Medizin ist und medizinische Angebote sind, die kranken Menschen gemacht werden. Oder Menschen gemacht werden, die Trost suchen zum Beispiel. Also vieles von dem, was Sie beschreiben, klingt ein bisschen nach Trauerarbeit vielleicht, die Menschen auch leisten. Ich frage mich, wissen Sie mit Ihrer Ausbildung auch, wann Sie nicht mehr helfen können? Und wann Menschen, das ist etwas, was mir sozusagen in Esoterik Sorgen macht, dass dann Menschen doch die Hilfe verwehrt wird, die sie eigentlich brauchen in Krisenzeiten. Kann ich gut nachvollziehen. Wenn ich merke, dass jemand eine klassische Therapie braucht, oder wenn ich merke, dass jemand gar nicht reflexionsfähig beispielsweise ist, dann habe ich natürlich auch Menschen, an denen ich sie weiterleiten kann. Ich komme wieder zu dir zurück. Oliver, was genau oder in welche Richtung arbeitest du? Naja, der Punkt ist, ich interpretiere quasi das Energiefeld. Grundsätzlich würde man sagen Auraarbeit, wobei ich da ein bisschen gleich einmal einlenken möchte und das ein bisschen genauer vielleicht auch eingrenzen und abgrenzen. Das Problem ist ja, wir reden da alle von etwas Unsichtbarem. Das muss man sich durch gewisse Symbole, ob das jetzt Ritualsteine oder sonst was sind, irgendwo ein Symbol schaffen. Und da ist eben das Energiefeld eines dieser Bilder, genauso wie Chakra, Aura, was man da alles hört. Und das hilft halt einfach dann diese Dinge zu benennen, einzugrenzen, auch wo ich dann bei Klienten schauen kann. Das heißt, ich kann ganz konkret dann schauen, in welchem Bereich spielt sich denn da ein Thema ab? Was ist Aura, was ist Chakra? Wie gesagt, es ist wie ein System. Man könnte sich so vorstellen wie ein Modell im Biologieunterricht, wo ich sage, okay, da sind diese Organe. Zum Beispiel, also diese zerlegbaren Anatomie, Torsos. Und ungefähr so kann man sich dieses Chakrensystem vorstellen. Es ist ein Schwingungsmodell des Menschseins. Also das beginnt einfach dann bei der Wurzel, bei der Basis, so im Basischakra. Das umfasst dann gewisse Bereiche und geht halt dann rauf bis zur Intuition, Inspiration. Und die Organe schwingen, oder wie kann man sich das vorstellen? Und die Organe, also in deiner Logik schwingen die Organe? Nein, ich habe jetzt nicht von Organen gesprochen, ich habe nur von dem Modell gesprochen. Wie die Organe, glaube ich. Also ähnlich, das ist wie ein Modell, ich habe das nur als Bild jetzt hergenommen. Die Organe schwingen jetzt nicht, also ich weiß nicht. Ich würde so interpretieren, die Energieräder sind die Chakren, entschuldige. Also die Frage ist halt immer nur, was sich stellt beim Chakra. Und das ist das, was mich auch sehr irritiert immer an der ganzen Sache. Das ist eben das, über die gesprochen wird, als wäre das so klar wie meine linke Hand. Oder wäre das etwas da, was man angreifen kann. Kann man aber nicht angreifen. Nee, nee. Also das ist nur im Gefühl, in der Vorstellung da. Ja, nochmal, man muss sich dem Unsichtbaren nähern. Wir können, das sind Sachen wie Begriffe drittes Auge oder sonst was, das sind alles Begriffe, die können wir nicht sehen, nicht wahrnehmen. Aber gibt es in der Wissenschaft auch Begriffe, die man nicht wahrnehmen kann und trotzdem man darüber spricht? Davon bin ich überzeugt. Strom sehe ich ja auch nicht. Okay. Ja. Aber Strom ist messbar, ne? Ja, aber ich meine, du sprichst von Zusammenhängen in der Wissenschaft und den Zusammenhang kannst du nicht sehen. Also es gibt ganz viele Worte, die man benutzt, ohne eigentlich genau definiert zu haben, was dahinter steht. Zum Beispiel? Ich glaube, das ist das große, naja, ich sage eben Zusammenhang oder Einheit. Egal, also ganz viele Begriffe benutzt man und es besteht dann so eine Art Konsens, was sie bedeuten, den kann man aber erstens mal erweitern oder missbrauchen. Das ist das Riesenproblem, das ich hier sehe in der Verwendung von aus der Naturwissenschaft kommenden Begriffen durch Schwurbler. Das ist der Überbegriff bei mir. Der Begriff klingt so gut und er klingt nach Wissenschaft und daher stimmt es. Diese verschiedenen Begriffe in der Naturwissenschaft, die werden dort meist in einem bestimmten Kontext verwendet und da weiß man, um was es geht. Wenn man sagt Energie, also du kannst Energie nicht angreifen, aber sie ist beschrieben, physikalisch beschrieben. Und die Wirkung von Energie ist uns allen bekannt. Wir haben, die meisten haben eine Steckdose zu Hause und elektrischer Strom kann in Energie umgesetzt werden. Also die, die in der Physik beschrieben sind, Energie. Aber das nicht. Wenn ich jetzt von Energie spreche in einem Zusammenhang, wo man sie weder anschauen kann, noch überprüfen kann, das ist das große Problem, dann hat man aus meiner Sicht einen Begriff, der eher gut definiert ist, missbraucht und das macht mich eigentlich garantig. Gut, also das heißt, es gibt keine Energiefelder, die jetzt unten wirken in der Basis oder... Energiefelder kann man messen. Tatsächlich kann man Energiefelder, also wenn das jetzt Strahlenenergie ist... Aber nicht Chakren bei Menschen. Diese Energie, die da bezeichnet wird, klingt halt nach etwas, was funktioniert. Wenn ich jetzt nur Chakra sage, dann ist man nicht begeistert davon. Aber wenn ich dem Ganzen einen Griffigen, dann spreche ich von Quanten oder von Energie oder was immer, die sehr wohl eine Bedeutung haben, dann verschaffe ich mir eine Art Startvorteil. Michael Wolters. Genau, ich möchte auch ganz kurz irgendwie bezüglich der Felder, die man nicht messen kann und so weiter. Natürlich kann man Sachen, die jetzt so nicht existieren oder so wahrscheinlich noch schwerer messen, aber es gibt tatsächlich auch viele Versuchssettings, die sich versuchen, dem anzunähern. Also es gibt mit Reiki-Meistern und so weiter, sind Versuche gemacht worden, wo man einmal unter einem Leintuch einmal eine tatsächliche Person, einmal eine Puppe hingelegt hat und dann festzustellen, ob der Reiki-Meister jetzt diese Schwingungen spürt und so weiter. Also solche Tests gibt es noch und nöcher und keiner davon hat gezeigt, dass einer der Reiki-Meister tatsächlich jetzt statistisch über seinen Zufallstreffer hinaus wirklich erraten hat oder festgestellt hat, ob das jetzt eine wirkliche Person ist oder so. Das heißt, solche Versuchssettings, ich möchte nur eine Abrede stellen, dass man sowas nicht messen kann. Also wenn man will, kann man sowas super messen, ob es die Fähigkeit gibt, ob es die Energie gibt und so weiter. Da wurde auch schon hundertfach gemacht, hundertfach, na, eher nicht. Das sind jetzt die Energiefelder, Chakren. Was ist Aura? Noch einmal. Na ja, in der Sprache, Aura. Na klar, was ist Aura? Du bezeichnest dich ja auch als Aura-Chirurg. Ja. Aura-Chirurgie ist eine Bezeichnung der Esotierung. Es ist eine Eintracht-Chirurgie, genau, bedeutet einfach, man arbeitet über diese Ebene mit dem Klienten. Genau. Das heißt, man schaut, das wäre wie eine Ausstrahlung, würde ich sagen, könnte man das nennen. Und das siehst du jetzt bei uns hier auch? Ja. Okay. Ja. Also was siehst du da? Zum Beispiel bei der Melanie, die hat noch nichts gesagt. Ja. Was siehst du jetzt bei ihr? Das ist ja jetzt so, wie wenn du jetzt einen Chirurgen fragst, ernsthaft jetzt, operieren wir schnell mal die Leber raus. So auf der Sendung. Also ist das schon ein bisschen ein Vergleich mit der Chirurgie, mit der tatsächlichen? Es ist etwas, wo ich sage, ich könnte da jetzt schon reinschauen und ich kann das auch machen. Nur das Thema ist eben die Art Arbeit. Erstens einmal, ich grenze es ja ein. Ich sage jetzt nicht, da ist jetzt wer lila oder sonst irgendwas, weil das interessiert ja keinen Menschen, welche Farbe da jetzt wer hat. Also das ist ja dann so showmäßig. Das kann man mal sagen, das ist ja nett und gut. Aber die Art, wie ich es verwende, ist ja dann doch eine sehr viel persönlichere und intimere Art, die dann eben mit dem Klienten stattfindet. Aber wieso verwendest du es überhaupt? Also was bringt das? Aura-Chirurgie? Also wer braucht Aura-Chirurgie? Das sind unterschiedliche Probleme, mit denen die Menschen zu mir kommen. Das sind teilweise immer unter natürlich den medizinischen Vorschriften teilweise Leute, die wirklich Schmerzen haben, die bei der Hüfte was haben. Zum Beispiel Verdauung viel, systemische Sachen, also das heißt im Familiensystem was. Es kommen dann auch diese unter Anführungszeichen paranormalen Anfragen auch. Also ich habe da einen Geist oder sowas. Also das ist ganz breit gefächert. Aber ist es Diagnostik oder ist es Problembehebung, Heilung, was ist es? Genau, also es ist ein Teil der Diagnostik. Man schaut sich das eben an, auf der energetischen Ebene nochmal. Und das schaut dann, dass man das löst mit diesen gewissen Methodiken. Da geht es um Diagnostik von tatsächlichen Krankheitsbildern, oder? Also es geht ja schon darum, dass halt... Also noch einmal, nein, also keine medizinische Diagnose. Also da geht es jetzt nicht um ein Krankheitsbild, dass ich sage, keine Ahnung, der hat da jetzt eine Arthrose oder sowas. Nein, nein, nein. Okay. Aber du hilfst schon Kranken und denen geht es nachher besser, oder gar nicht? Laut Gewerbe hilfe ich Gesunden. Aber jemand kommt mit Beschwerden zu dir, die körperliche Natur sein können. Es sind Leute, die zum Beispiel sich müde fühlen, erschöpft fühlen. Es sind auch Leute, die in gewissen Alltagsabläufen feststecken, die dann womöglich nicht der Energie so dienlich sind. Es sind auch Leute, die teilweise sich selber Sachen vorwerfen oder schwer auch was loslassen können, in der Vergangenheit verhaftet sind, solche Geschichten. Aber was ist dann so ein, keine Ahnung, wenn ich super niedergeschlagen bin, müde bin, knapp am Burnout, komm zu dir hin? Was ist dann dein Tipp für mich? Das heißt, du untersuchst mich und ich komme dann öfter zu dir hin, dass du mich aurakirurgisch heizt? Ja, öfter, also öfter, einmal reicht. Genau, also ein bis drei Mal würde ich sagen, normal, kommt drauf an. Und welche Institutionen prüfen, wie gut ihr eure Arbeit macht? Jetzt ja so in den Medizin, in Krankenhäusern oder im hier gelassenen Bereich gibt es ja Standards, Qualität, Standards, Überprüfungen. Und gibt es Institutionen, die das bei euch auch tun? Weil wenn nicht, das macht mir Sorgen, ihr arbeitet alleine. Menschen sind stark von euch abhängig, kommen vielleicht auf der Suche nach Orientierung zu euch und sind so verwundbar natürlich irgendwie. Das ist etwas, was wir Sorgen machen. Es gibt mittlerweile den zertifizierten Energetiker, den gibt es seit ein paar Jahren schon. Da kann man jetzt natürlich tief atmen oder auch nicht, aber das ist schon eine Richtung, die jetzt eingeschlagen wird, um das ein wenig einzugrenzen und um auch hier einen Siegel dieser Arbeit zu versichern. Da fällt alles drunter, da ist Humangenetik drinnen, da ist Wünschelruten gehen und so weiter. Ja, das stimmt. Da ist ja, keine Ahnung, wie sehr seid ihr euch zu dritt einig, ob irgendwas davon dabei ist, wo ihr sagt, okay, an das glaube ich gar nicht. Oder so Wünschelruten gehen, Hellsehen, alles ist für euch, Homöopathie ist für euch alle so ein Ding, wo man sagt, finde ich alles cool, gibt es alles? Also ich glaube, dass wir drei uns recht ähnlich sind über Dinge, die existieren, die nicht existieren oder so, in Gruppen, glaube ich. Also ich vertraue grundsätzlich dem Menschen, der das anwendet. Also die Technik an sich ist für mich... Ich finde, vertraust du mir, dass das gehen muss. Wenn ich jetzt sage, dieser Boden ist heilig... Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Das ist in etwa so, wenn du sagst, du gehst jetzt zu einem Therapeuten hin oder du gehst zu einem Spezialisten hin, zu einem Elektriker hin. Da vertraue ich ja trotzdem der Institution oder halt dem Ding, dass es eine übergeordnete Entität gibt, die das geprüft hat und das eben jahrelanges Wissen und an das Ganze, an die ganzen Kriterien, die dazu geführt haben, dass es das Ding auch gibt. Dass es Medizin gibt, die jahrtausendelang entstanden ist und sich immer weiterentwickelt hat, nämlich auch weiterentwickelt und jetzt nicht irgendwie... Forscht. Forscht und tatsächlich irgendwie weiß, dass nicht alles weiß, sowas eingesteht, ein Prozess, der selbstkorrektiv ist und so weiter. Und das gibt es ja im hysterischen Bereich oft nicht. Da gibt es so ein, okay, jahrtausendealter Mythos, seid ihr nicht geändert und so weiter. Das heißt, es ist halt schon was anderes, wenn du sagst, ja, du gehst zum Arzt und vertraust darauf, dass der das macht und so weiter. Das ist halt in anderen Bereichen eher schwierig, wo ich nicht weiß, gibt es eine Stelle. Ich möchte gerne mal die Melanie zu Wort kommen lassen, weil du hast noch nichts gesagt. Gibt es etwas in diesem, was der Michael jetzt gefragt hat, in diesem großen Bereich der Esoterik, wo du sagst, daran glaube ich nicht? Also das passt jetzt ganz super, weil es ist eben so, dass ich mich ja in beiden Welten finden kann und merke gerade, wie wichtig das ist, dass ich hier bin, weil das eben genau scheinbar das Wichtigste ist. Es ist ja kein Gegeneinander, sondern wir brauchen uns ja. Also es ist ja viel einfacher. Und das ist so meine Welt. Es gibt so viele Meinungen, die interessieren mich alle nicht. Und auch meine eigene gehört dazu, weil das ist wissenschaftlich bestätigt, dass wir alle nur Gedankenmaschinen sind. Und jeder hat seine Variante von etwas. Und man hat dann halt versucht, irgendeine Ordnung da reinzubringen. Und das kann man der ganzen Wissenschaft und allen Strukturen hoch anrechnen, das überhaupt irgendwie hinzubekommen. Und auf der anderen Seite, und das hört sich widersprüchlich an, ist für mich aber genau das Gleiche, gab es immer schon eine Ordnung, eine natürliche Ordnung. Kann man das ein bisschen so erklären, dass die Wissenschaft halt in ihrer Welt ist, aber du mit der Natur verbunden bist, weil du nennst dich ja auch Geistheilerin. Also in dieses, so wie man halt früher die Naturvölker gesehen hat, die ja auch nicht so weit entwickelt waren wie die Wissenschaft von heute. Und dass du irgendwie auf dieser Basis sozusagen arbeitest. Ja genau, nur es ist so wichtig zu sehen, die gehören zusammen. Weil was die Wissenschaft sucht, was sucht die Wissenschaft? Ja schon, schon, schon. Aber was machst du? Was bedeutet Geistheilen oder Geistheilerin? Ja, Geistheilerin, wenn man das wirklich wieder im Ursprung betrachtet, was es heißt, ist jemand, der übermittelt, dass der Geist heil ist. Ja, und das hört man leider sehr selten. Was ist eigentlich der Geist oder was ist Geist? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich liebe diese Frage. Gibt es gute Antworten auch? Weil wenn wir von der geistigen Welt sprechen, und da fühlt sich jetzt vielleicht Jesu Dierik wohler, dann ist das alles, was wir nicht angreifen können. Dazu gehört aber auch so etwas wie Freude. Ganz Einfaches. Ja, so etwas wie Dankbarkeit, so etwas wie Wertschätzung. Also ganz Schlichtes, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Emotionen. Das waren eigentlich alles Emotionen. Emotionen sind wieder Werkzeuge. Aber ich meine jetzt wirklich die geistige Welt. Für mich ist die Wahrheit, dass das jeder in sich trägt. Und spätestens in gewissen Lebensmomenten wissen wir das alle. Du hast Drogistin gelernt. Genau. Und irgendwann hast du dich immer schon interessiert an Dingen in der Natur, an dem das ein bisschen in deinen Augen mehr da sein muss. Dann hast du begonnen mit Yoga, Pilates, Tanzen. Und jetzt kommen Menschen zu dir, die was suchen oder welche Probleme haben. Na, im Grunde war ich sehr lange Unternehmerin. So wie du sagst, viele verschiedene Varianten. Also ich habe eine Naturkosmetiklinie herausgebracht. Ich hatte ein holistisches Fitnessstudio, wo ich mit Menschen wirklich am Körper gearbeitet habe, aber auch eben auf geistiger Ebene mit dazu. meine Fähigkeiten langsam entdeckt habe. So könnte man das eher sagen. Und dann habe ich einfach bemerkt, dass ich alles, was ich so tun will im Leben wirklich, ist das einfach dem Größeren Ganzen zur Verfügung zu stellen. Mein Leben eigentlich. Und habe dann begonnen, eine Akademie zu gründen. Und in diese Akademie kommen Unternehmer, die im Grunde ihr höchstes Potenzial entwickeln wollen. Bei uns geht es darum, dass wir eben von diesen Unternehmen die ganze Familie mitnehmen. Das heißt, bei uns ist sowas wie die Qualitätskontrolle sind unsere eigenen Kinder. Wenn die eigenen Kinder nicht ordentlicher, glücklicher sind, also die Kombination vor allem ist interessant, dann ist es Fail. Wie findet eine Beratung statt? Das heißt, zu dir kommen Unternehmer, die erfolgreicher werden wollen. Und du berätst sie dabei, weil du deren Geist siehst. Und welche Rolle spielen die Kinder dann? Ja, also eines nach und eines. Oder sind das Workshops? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, mittlerweile läuft das so, dass wir ein ganzes Team sind. Und wir haben nicht mehr so, wie es in der Coaching-Szene so bekannt ist, so Gesprächstherapie oder so, sondern wir leben auch gemeinsam. Das heißt, wir treffen uns auch wirklich an Orten. Wir machen die simpelsten Dinge zusammen. So wie es auch in der Zeit begonnen hat, wo Homeoffice immer moderner wurde, gibt es einfach viele Dinge, die wir, egal wo wir auf der Welt sind, zusammenkommen können und das einfach gemeinsam tun. Ich habe es noch immer nicht wirklich verstanden. Das heißt, vor allem, dass jetzt sehr oft das Wort Kinder gefallen ist. Das heißt, die Unternehmerinnen mit ihren Kindern und Familie reisen bei dir an. Und wie kann man sich das vorstellen? Wenn wir uns treffen, dann passiert das so. Ansonsten sind wir eigentlich das ganze Jahr auch online zusammen. Wir treffen uns für verschiedene Aktivitäten. Wir besprechen auch viele verschiedene Dinge. Und es sind solche einfachen Ergebnisse, wie dass Paare kommen, die kurz vor der Trennung sind und eigentlich irgendwie alles zerrüttelt werden würde. Und am Ende steht da ein Paar, die sind 30 Jahre verheiratet, wieder frisch verliebt. Und die Kinder, alles ist einfach in Ordnung. Und bis hin zu gesundheitlichen... Das, was sonst Paartherapeuten, Therapeutinnen machen, Psychologinnen machen, das machst du in dieser Akademie? Ja, nur, dass es vorrangig eben nicht darum geht, sondern es geht darum, dass es jeden Lebensbereich betreffen könnte, weil das ist ja nicht fachspezifisch. Und wenn Paare zu dir kommen, was zahlen die dafür? Weil das wird ja nicht kostenlos sein, oder? Ein Jahr mit uns kostet 3.333 Euro. Und man kriegt das ganze Team... 3.333 Euro. Und dann pro Person, oder wenn ein Ehepaar kommt, zahlen die dann 6.600? Ja. 6.666. Jeder hat seinen... Das ist aber eine Teufelszahl. Nein, nur drei Sechser. Überhaupt, Zahlen ist ja auch etwas, was wichtig ist in deiner Arbeit, gell? Die Zahlen zum Beispiel. Es gibt eben diesen wundervollen Abteil Numerologie, die sich wirklich damit beschäftigen. Aber für mich ist dieser Ursprung schon wieder so einfach, weil die Zahlen kommen in der Natur vor. Ganz simpel, wir haben auf einer Hand fünf Finger zum Beispiel. Es sind die simpelsten Dinge. Deine Zahl ist 3.69. Ja. Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Es war tatsächlich so, dass ich dann nach einer längeren Reise eine Vision hatte, wo diese Codes und diese viel zu viel Überladenes zu mir gekommen ist. Ich hatte auch hohes Fieber und so schnell wie das Fieber da war, war es auch wieder weg. Also ich war nicht krank zu der Zeit, sondern ich hatte nur dieses Fieber. Ein Corona. Ja, genau. Und so habe ich dann einfach mich dran gemacht, dass alles, was da vorgekommen ist, ich einfach diesen Wegen wirklich nachgehe. Und darauf eben auch eine Ausbildung, eine für mich fundierte Ausbildung auf diese Vision aufgebaut, wo es eben um diese Zahlenqualität von 3, 6 und 9 geht, die ja eine eigene Frequenz auch hat. Also wir beschäftigen uns. Aber ist das vielleicht auch nur die Fieberthermometer-Anzeige gewesen? Ja, 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 das ist ja auch spannend, das habe ich gestern gerade erst gepostet, dass der Körper ja auch 36, 9 hat. Cool. Ja? Also, meiner hat jetzt unlängst Rätsel gelöst. 35, 8 erscheint, also unter der Art. Ja, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Genau. Ja. Eigentlich so schwer das Rätsel. Also, 3, 6, 9 hat eine Bedeutung, die auch was mit golden, wie heißt das, golden? Golden Matrix 3, 6, 9. Genau, Golden Matrix, das führt mich gleich zum goldenen Brett, dass Michael ins Leben gerufen hat. Kennt ihr das? Nein? Noch nicht. Noch nie gehört? Katharina kennt es, vermutlich Hartwig auch. Was ist das goldene Brett? Das goldene Brett ist ein Preis, der Pseudowissenschaft auszeichnet, also besonders herausragende Pseudowissenschaft. Eigentlich goldene Brett vor dem Kopf. Genau, kommt natürlich, ist abgeleitet vom goldenen Brett vor dem Kopf, das heißt von der Engstirnigkeit, Kritikresistenz und so weiter, also nach den Kriterien, nach denen ausgewählt wird, wird seit 2011 vergeben und richtet sich an Personen, die besonders engstirnig Dinge als Wissenschaft verkaufen, die es nicht sind. Unter anderem Preisträgerinnen sind Personen, die beispielsweise in Südafrika herumgereist sind, um Politikerinnen davon zu überzeugen, dass es AIDS nicht gibt und wir nicht gibt. Da sieht man eine große Kurve in der Sterbestatistik, dass das nicht so gestimmt hat und so weiter. Das heißt, das sind schon eher tragischere Fälle, aber es gibt natürlich auch... Lichtnahrung war Kacham. Lichtnahrung war natürlich die Lichtnahrungsdoku, die auch behauptet hat, dass eben es wissenschaftlich getestet wurde, dass dieser Yogi jahrelang ohne einen Schluck Wasser überleben kann. Pflanzen können sie ja wirklich. War der grün, der Yogi? Der war leider nicht grün, es war ein anderer Film. Aber genau, also an solche Personen richtet sich das mehr oder weniger. Also mitunter an Verschwörungserzähler, Erzählerinnen auch in diese Richtung. Ja, genau, genau. Damit wollen wir ihn beleuchten, wie solche Strömungen, die immer in anderen Wellen daherkommen, also keine esoterischen Wellen, aber halt in anderen Schüben daherkommen, dass von denen schon noch Gefahr ausgehen kann. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur so, dass man es ein bisschen drüber lustig macht von Seiten der Wissenschaft, sondern man will auch auf die Gefahren hinweisen. Ja, genau. Das ist auch etwas, was Katharina ja am Herzen liegt. Wenn wir jetzt weiterdenken, Corona, die Impfgegner, Klimakrise ist etwas, wenn es sich zuspitzt, dann würde man ja irgendwann auch die Demokratie infrage stellen, letztendlich, nicht? Also Theorie an sich ist ja nichts Neues. Es gibt es ja schon lange, gerade im deutschsprachigen Raum in Europa, seit dem frühen 20. Jahrhundert, die Anthroposophie und so weiter. Aber es ist schon bemerkenswert, welchen kulturellen Stellenwert die Esoterik hat in Österreich und auch welchen ökonomischen Stellenwert. Also sichtlich sind die Menschen sehr bereit, relativ viel Geld auszugeben für Angebote, die nicht evidenzbasiert sind, also die nicht geprüft und kontrolliert werden, so wie andere Angebote im Gesundheitsbereich jetzt, den meine ich vor allem. Bedenklich, also einerseits gibt es nur hier ein breites Spektrum, wie wir jetzt auch hier ja auch sehen, bei euch, von Angeboten und Interventionen, die zur Esoterik gehören. Aber gefährlich wird es natürlich dann, wenn Menschen nicht mehr die Art von medizinischer Behandlung bekommen, die sie bekommen sollten, wenn sie krank sind oder auch als Vorsorge, wie zum Beispiel Impfungen natürlich. Und dann wird es noch bedenklicher, wenn das wir jetzt während der Pandemie ja auch sehen, ist, dass eine gewisse Allianz sich gebildet hat zwischen einerseits Esoterik und andererseits eben auch rechtsextremen Bewegungen, die sich irgendwie an gemeinsamen Punkten treffen und anderem auch Naturvorstellungen. Ich sage nicht, dass es deine sind, ich möchte es nicht dir unterstellen. Aber das ist natürlich, kann dann demokratiegefährdend auch sein. Und auch in der zweiten Form kann es auch demokratiegefährdend sein, wenn Menschen Wissenschaft so systematisch angreifen und hinterfragen und infrage stellen, dass es auch zu einem Vertrauensverlust kommt in der sozialen Umgebung, die man hat, oder dem persönlichen Umfeld. Und ich glaube, was schon wichtig ist, was ich noch differenzieren möchte zwischen deiner Welt, die du so beschrieben hast, ganz interessant, und unserer Welt, der Forschung, der Wissenschaft, wir überprüfen und fragen einander ständig. Also unsere Haltung ist grundsätzlich eine skeptische. Wir hinterfragen auch das, was schon viel erforscht ist. Wir bewegen uns immer noch, wir beschäftigen uns immer noch mit grundlegenden Fragen, immer und immer wieder. Und begegnen einander immer kritisch. Das ist quasi unser täglich Brot. Das macht auch so Spaß an der Wissenschaft, möchte ich dazu sagen. Und das unterscheidet, glaube ich, schon diese Welt sehr von eurer. Und ich glaube, eine Begegnung ist ja nichts Unmögliches, sondern ein Dialog darüber, was Menschen denn helfen kann, in einer Zeit, wo offensichtlich große Fragen sind und wo Menschen sich in Verzweiflung an euch wenden und vielleicht weniger an Ärztinnen und Ärzte. Die Brigitte hat jetzt den Kopf geschüttelt. Ja, ich stimme da nicht überein, wo es darum geht. Wir überprüfen einander nicht. Das Wissen, zumindest aus meiner Perspektive, ist ein sehr, sehr altes Wissen. Es ist älter als jede Wissenschaft. Indigenes Wissen, beispielsweise aus den Urvölkern, ist wirklich ururalt. Also du spielst es von den schamanischen Beispielen. Es gibt ja nicht nur die Schamanen, also indigenes Wissen. Na gut, aber in der Wissenschaft, der Pythagoreische Lehrsatz ist jetzt auch nicht brandneu und ist durchaus wissenschaftlich unterlegt. Aber in der Wissenschaft gab es zum Beispiel den berühmten Physiker, der das Übersinnliche auch nicht wirklich ausgeschlossen hat. Also ich glaube, das ist... Wer? Aufregung. Einstein? Der Einstein, genau. Man muss aber trotzdem unterscheiden, ob jemand eine religiöse ist, eine Privatmeinung hat. Zum Beispiel Anton Zeilinger ist auch recht religiös und so weiter. Wenn jemand sich in seiner... seine Privatmeinung über seine Religiosität, über seine Spiritualität ausdrückt, dann ist das nicht etwas, wo er genau so viel Zeit aufwendet, um genau das so zu überprüfen, dass er seine Meinung tätigt. Oder? Also eine Privatmeinung oder seine wissenschaftliche Publikationen, zu denen er sehr wohl geforscht hat und versucht hat... Das ist jetzt gerade interessant, weil Anton Zeilinger, der Nobelpreisträger für die Forschung in der Quantenphysik, ist privat ein gläubiger Mensch. Das heißt, es würde euch Wissenschaftlerinnen überhaupt nicht stören, was die Esoterik macht, wenn sie sich nicht Wissenschaft nennen würde und nicht mitunter auch gefährlich werden könnte. Für Menschen, die zum Beispiel nicht die Medizin aufsuchen, sondern sagen, Oliver, mit Zwicksto, was ist das? Also in die Richtung könnte ich... Also mich stört es ehrlich gestanden schon, wenn jemand, der wie in der Naturwissenschaft sich hervortut und durchaus etwas leistet und glaubt, dass tatsächlich der Noah in seine Arche von jedem Tier, das es auf der Welt gibt, ein Paar hineingesperrt hat, die dann 40 Tage lang ernährt hat, die haben sich nicht gegenseitig gefressen, wo kam das Futter für die Löwen her und wo waren die armen Koalas und so weiter. Also wenn jemand so etwas glaubt, dann stört mich das. Ich denke, dass die Religiosität vom Herrn Zeilinger halt traditionell ist. Er ist so erzogen worden. Es hat ihm halt seiner Seele gut getan, sich irgendwie behütet zu fühlen und will sich von dem nicht lösen. Das vermute ich. Entschuldige, es ist noch was gefallen, eben dieses Esoterik und Rechts. Da wollte ich noch kurz darauf reingehen, weil da muss ich auch sagen, da bin ich absolut bei dir mit dem Esoterik und Rechts und halte ich auch für sehr bedenklich. Viele dieser Konzepte kommen ja auch daher, dass eben Sachen nicht sehr hinterfragt worden sind, sondern einfach so übernommen worden sind, wie es damals waren. Rudolf Steiner war ja auch bekennend, antisemitisch, rassistisch. Darf man sich nicht wundern, wenn in Rudolf-Steiner-Schulen nachher vor teilweise solche Sachen Anklang finden und halt dort dann eben, also in Österreich glaube ich, etwas besser kontrolliert als in Deutschland, rassistisches Unterrichtsmaterial, wo eben Schwarze eher nicht als Menschen wie wir bezeichnet werden und so weiter. Das kommt ja genau daher, dass eben keine, in einem Schulbuch stand sowas, wahrscheinlich im Biologieunterricht, auch vor 50 bis 100 Jahren mal drinnen. Es wurde dann hinterfragt, weil eben wissenschaftlich aufgearbeitet und das ist eben der große Kritikpunkt, dass eben diese Selbstkritikfähigkeit eben dann in der Esoterik extrem oft unter den Tisch fällt. Ich möchte noch kurz zurückkommen zu Rückführungen tatsächlich, weil das ist ja auch etwas, womit ihr beide, vielleicht auch die Melanie arbeitet, dass man schaut, was in einem früheren Leben, sofern es das denn wirklich gibt, war, das heute Probleme macht. Brigitte sagt zum Beispiel, wenn jemand Angst vor Feuer hat, dann kann das sein, dass man vielleicht verbrannt ist oder halt in diese Richtung richtig, richtig zitiert habe. Michael hat eine Rückführung gemacht, was ist rausgekommen? Rausgekommen ist, also die Geschichte mit dem Feuer ist eh so ähnlich gewesen. Es wurde uns dann von dem erfolgreichen, damals erfolgreichen Manager, hat sich dann selber gefunden, ist jetzt Energetiker und macht Rückführungen, hat ihm auch seine Geschichte erzählt, dass ein Klient zu ihm gekommen ist, der dem immer heiß war, wie er dann seine Studien präsentieren hat, müssen vom Chef oder irgendwelche Abgaben hatte und dann hat er ihm festgestellt, okay, das war daher, weil er in seinem früheren Leben als Schmied war und der Stadthalter hat ihn gebeten, ein Schwert zu schmieden und so ist dann alles aufgekommen, dass das natürlich die Erklärung war und dann hat sich dann dieser Typ selber erfunden mit, okay, jetzt ist eben ein Licht aufgegangen, er kann rückführen und seitdem bietet er so Rückführungsseminare an. Also ich war erstaunlich, wenig habe ich mir sagen lassen auf der Welt, ich war erst 17 Mal auf dieser Welt. Erst? Erst, weil alle anderen, die er sonst so gehabt hat, waren schon viel öfters da und es ist auch sehr seltsam, dass ich immer ein Mensch war, ich war einfach zu unkreativ, also es war ja so eine Autosuggestionsrunde, mehr oder weniger, das heißt, so eine Rückführung klingt immer recht spannend, in Wirklichkeit ist sowas recht schnell abgehandelt und je mehr man nicht darauf reinkippt will. Familienaufstellen ohne Familie, oder? Ja, je mehr man, also man kann es auch sehr führen, das heißt, man kann auch sehr schnell sich genau auf das Ergebnis konzentrieren, was dann rauskommt, das sagt auch jeder Zweite, wahrscheinlich Cäsar und so weiter, also es ist, der Kreis an den rückgeführten Lebenswegen ist sehr, sehr, sehr stringent immer gleich eigentlich. Aber glaubst du jetzt daran? Also sicher nicht, nein, nein. Wahrscheinlich war ich deswegen auch erst so selten auf der Erde, wenn mir nichts anderes eingefallen ist. Kriegst du nur 17 Punkte. Aber hast du ein Thema gegeben zu der Rückführung, oder war das einfach nur eine touristische Reise? Oder wie darf ich mir das sagen? Also nein, das war kein Thema, das war eine ganz normale Rückführung, so wie eine geführte Rückführung, war das so ein Seminar. In dem Fall war es kostenlos, aber es war nur die Gratisprobe. Für weitere Sachen fällt dann Geld an, aber ich war auch zum Beispiel bei dem Wunderheiler Braco, der er durch seinen Blick heilen kann. Und das ist ja auch so ein typisches Geschäftsmodell. Das heißt, er steht auf der Bühne, oder steht auf der Bühne, stimmt nicht, das ist ein Viertelstundenslot, wo immer ein Pulk von 200 Leuten kurz in Saal gelassen wird. Dann kommt fünf Minuten lang irgendein Video über seine Vergangenheit und wie er seine Gabe gefunden hat und dann wieder auf die Bühne geführt, stellt sich hin, schaut in die Menge für zwei Minuten lang. Die Leute zucken aus. Es sind extrem viele Leute, die offenbar kranke Verwandte haben. Das heißt, die zücken dann auch gleich ihre Fotos von den Verwandten. Und dieses dann, wenn Braco mit seinem Blick dieses Bild von meiner Mutter berührt, dann wird sie geheilt und so weiter. Das heißt, da sind schon ziemlich große emotionale Geschichten dahinter, was tatsächlich extrem traurig ist, wenn man mitbekommt, wie die Personen da echt so eine Hoffnung dafür entwickeln. Und dann nach zwei Minuten geht er wieder und dann kommt eh schon die nächste, also die Verkaufsveranstaltung. Was kostet das? Das kostet recht wenig. Dafür kommt er echt, ich weiß nicht, 20 Euro oder so. Dafür wird er halt echt im Viertelstundentakt, wenn er 200 Leute reingelassen und dann die nächsten und die nächsten und die nächsten. Das geht zwar einen Tag lang. Und danach kommt aber so die große Verkaufsveranstaltung mit. Ja, und dieses Amulett hat Braco persönlich angeschaut. Es gibt auch DVDs, die man sich daheim anschauen kann, wo man anschaut. Also super kreativ. Ich glaube, man kann sowas, die Gab ist ja sowas zu erfinden eigentlich. Wenn der nicht so erfolgreich wäre, dann hätte er nicht diesen Ansturm, oder? Der Braco. Ich glaube, dass da extrem viele Hoffnungen rein projiziert werden. Aber wenn es tatsächlich irgendwie um Familienschicksale geht, um Krankheitsverläufe. Es gibt nun mal Krankheitsverläufe, die dramatisch sind. Und siehst du, ja genau, und das ist ja der Punkt. Die Wissenschaft hört irgendwann einmal auf und dann kommt der Glaube. Und das ist ja genau das, womit auch die Esoterik arbeitet. Also wenn der Orts sagt oder die Ärztin, das war's jetzt, ich kann nicht mehr helfen, sucht man dann auch oft andere Wege. Ist das, wäre das dann in Ordnung? Weil es kommt ja auch eben der Glaube ins Spiel. Und dieser Satz, der Glaube versetzt Berge. Oder wenn man jetzt glauben möchte, man hat schon gelebt. Oder dieser Stein hilft mir. Und man wird danach gesund? Ja, also natürlich. Ich glaube, die Unterscheidung ist natürlich wichtig, was jetzt Henne und Ei ist. Und ob das jetzt der letzte Strohhalm ist oder ob man sich davor an eine Heilperson wendet und dann doch darauf vergisst, eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Also solche Fälle gibt es ja zuhauf. Und es zeigt ja auch eben während Corona natürlich eben das noch klare Vorkommen, dass eben Personen, die eben eher mehr Esoterik zugemutet sind, dass die eben dann auch eher später sich der wissenschaftlichen Methode... Und ich glaube, seit Corona und vor allem seit der Klimakrise schwingt eben dieses Gefährliche mit. Katharina und auch Michael, auch Hartwig letztendlich, aber im Vorgespräch haben wir eben darüber gesprochen, über die Klimakrise, dass es diese Klimaleugner gibt. Und darin siehst du auch eine Gefahr, dass man hat im Zuge der Pandemie ein bisschen den Glauben an die Wissenschaft, das Vertrauen in die Politik ja verloren. Ich würde ganz gern zu dem Thema was sagen, wenn Zeit der Hürde. Also dieses Grundprinzip Glauben und was immer das andere. In Wirklichkeit glaubt jeder Mensch das meiste, was er zu Wissen meint. Ganz klar, ja. Ich kann ihn durch persönliche Erfahrung nur in einem winzigen Bruchteil von dem erfassen, was als gesichertes Wissen gilt. Das heißt, wenn ich daran glaube, dass auf der Südhalbkugel, wenn ich da stehe, die Sonne im Osten zwar aufgeht, aber nach Norden raufzieht und dann im Westen untergeht, dann glaube ich das. So lange, bis ich hingeflogen bin und es mir angeschaut habe und tatsächlich es stimmt. Das sind richtige Glücksmomente, die man da hat. Trotzdem, es erweitert dein Wissen nur um einen winzig kleinen Punkt und du musst den Rest glauben. Wie gehe ich es jetzt also an, um in dieser Welt mich zurechtzufinden und nicht ständig in irgendwelche Glaubensfallen hineinzutappen? Glaubenssysteme gibt es irrsinnig viele. Wir haben jetzt drei kennengelernt oder ihr vertretet wahrscheinlich mehrere Glaubenssysteme parallel auch. Wissenssystem gibt es nur ein einziges. Das sage ich ganz plakativ und brutal. Es gibt nur ein Wissenssystem und das wird, der Weg dazu, die Instrumente dazu, werden in der Naturwissenschaft gelehrt. Und de facto ist es so, dass alle, die in dem naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten, mit derselben Methode arbeiten sollten. Natürlich gibt es Schummler und es gibt aufgeblasene Wissenschaftler Huber und alles Mögliche. Aber das Prinzip der Wissenschaft, und ich kenne die Regeln nicht, aber die sind auch irgendwie klar definiert, an das müssen sich alle, die in der Naturwissenschaft arbeiten, halten. Und das ist daher alternativloser. Ich höre immer wieder, ja, da gibt es eben dieses oder der Glaube an die Wissenschaft, das ist reiner Schwachsinn für mich. Ich glaube, natürlich glaube er, die Wissenschaft, jeder glaubt an die Wissenschaft, weil es gibt sie. Und man braucht ja nur die Wissenschaftler sich anschauen, Naturwissenschaftler, und sieht sie. Also, ich glaube, ist etwas anderes als Vertrauen. Also, Vertrauen in die Wissenschaft, wenn das fehlt, müssen sich Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger und auch wir uns schon auch Fragen in der Wissenschaft fragen, warum das so ist, wenn das Vertrauen abnimmt oder zumindest nicht zunimmt. Aber würdest du sagen, dass das in der Corona-Zeit, Pandemie-Zeit so war, dass es begonnen hat? Es hat zumindest, in Österreich gibt es schon von vorne weg ein eher niedrigeres Vertrauen in die Wissenschaft, aber der Großteil der Bevölkerung vertraut der Wissenschaft, 70 Prozent ungefähr, laut einer europäischen Studie. Also, sehr viele Lebensbereiche natürlich, wo wir uns auf die Wissenschaft verlassen, ob wir das merken oder nicht. Die Studie, die du angesprochen hast, das sind circa 10 Prozent derer, war ja in Österreich irgendwie so, dass die komplett auf einer Seite sind, die wahrscheinlich eher nicht mehr so ganz einzufangen sind, aber sonst die restlichen 90 Prozent befinden sich schon in einem Bereich, wo man sagt, okay, es sind entweder Vertrauende der Wissenschaft oder eben dem Apparat, das ist natürlich immer abgefragt worden, dass die Ergebnisse stimmen und so weiter. Aber, das heißt, wir reden da von einem extrem großen Prozentsatz, der wahrscheinlich für das ganze Thema Wissenschaft über offen ist und so weiter, aber wo viele wahrscheinlich nicht wissen, wie eben diese Selbstkontrolle der Wissenschaft abläuft, wie schauen Studien aus, wie kommt überhaupt diese eine Person in den Medien, die darüber forscht, zu der Meinung. Und so ein Prozent der... Aber dazu gehen wir mit Unsicherheit auch um. Wie können wir Unsicherheit kommunizieren? Wissenschaft ist nicht fertig, also das ist immer im Entstehen, immer im Werden. Das ist das Tolle. Und also wie geht man mit dieser Unsicherheit um und wie kann man transparent kommunizieren, wie eine Impfung erforscht und hergestellt wird? Wie kann das gehen? Wie funktioniert das? Und so kann man Vertrauen fördern. Und du hast noch keine Rückführung gemacht? Nein. Interessiert dich auch nicht? Nein. Wieso ist es wichtig, im Hier und Jetzt zu leben und in die Zukunft zu denken? Für dich? Also persönlich versuche ich, meine verschiedenen Lebensbereiche mit Selbstverwirklichung, mit Freude zu fühlen, so sagt er, glaube ich, oder? Dankbarkeit. Ich bin sehr dankbar und voller Freude über verschiedene Lebensbereiche da schon. Eine Rückführung brauche ich nicht, auch sonstige esoterische Angebote habe ich nicht in Anspruch genommen, aber ich kenne natürlich, glaube ich, wie viele von uns Menschen, die das tun, zum Beispiel neben einer medizinischen Behandlung, als Komplementärbehandlung sozusagen, Homöopathie zum Beispiel, ist ja fast Mainstream in Österreich. Also natürlich begegnen wir das im Alltag und ich versuche zu verstehen, warum wenden sich die Menschen an esoterische Angebote, oder was fehlt ihnen halt auch vielleicht im Gesundheitssystem, was suchen die, Orientierung, woran zweifeln die? Aber man muss sich dafür sorgen, dass sie nicht verzweifelt zu ihnen kommen und noch verzweifelt, da wird er weggehen und mit mehr Zweifeln rausgehen aus ihren Praktiken sozusagen. Aber die Wirksamkeit ist ja das Maß aller Dinge und ich sage einmal, wenn Kunden zufrieden sind, wenn Kunden wiederkommen oder wenn Kunden andere Menschen empfehlen, dann ist das ja auch ein Indiz, ein Beweis, wenn man so haben will, dass das funktioniert. Aber warum Indiz und Beweis jetzt so als Synonym zu verwenden, wenn ich mich gesund bete und super glücklich bin, dass ich gesund bin, ist das schön für mich, dass ich das glaube, aber das heißt jetzt nicht, dass jetzt mein Gebet irgendwas geholfen hat, oder? Ein Indiz oder eine Person fühlt sich glücklich, damit gleichsetzend, dass etwas kausal gewirkt hat. Das muss man schon untersuchen. Ich glaube, wie ihr das gesagt habt, Entschuldige, hat die Katharina gesagt, wenn man mit Zweifel hineingeht, mit Zweifel herauskommt und wenn dann auch noch viel Geld dagelassen wurde, also wenn man das Gefühl hat, weil das ist ja das, da kommen wir schon in den Bereich der Charlatanerie, was der Hartwig gesagt hat, die Schwurbler, wenn man dann merkt, irgendwie, ich gebe zu viel Geld aus oder ich begebe mich in eine Abhängigkeit und da wird es dann gefährlich. Aber wir gehen davon aus, dass ihr drei das nicht seid. Meine Lieben, ich weiß, es ist spannend und wir sind, vom Gefühl her könnte man noch ansetzen und wir werden ganz bestimmt Themen dieser Art noch öfter mal behandeln. Danke, es war wirklich sehr, sehr spannend. Wenn Sie zu Hause ernsthafte Probleme haben, gesundheitliche oder auch psychische Probleme, dann gehen Sie zu einem Arzt oder einer Ärztin und holen sich professionelle Hilfe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Ihnen alles Gute, Baba. Haben auch Sie ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt? Rufen Sie an, meine Redaktion ist für Sie da.